Ein wunderschöner Ort für mich, wo ich ein super tolles Glas Wein bekommen kann. Für mich ist die Weinbank der moderne, neue Gentleman's Club. Viel Spaß, vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag. Also Weinbank ist ein Club für Weinliebhaber, in der sie in den tollen, architektonisch attraktiven Orten mit ihrer Chipkarte rund um die Uhr Zugang haben zu ihrem Wein, weil nämlich im Begriff in der Mitgliedschaft ein Fach ist, wo man seine Weine reinlegen kann. Und man hat damit wunderschöne Orte, um mit seinen Freunden und Geschäftspartnern rund um die Uhr Zugriff auf seine Weine zu bekommen. Ein Ort der Begegnung. Vor allen Dingen immer extrem gute Events. Ein wunderschöner Ort für mich, wo ich ein super tolles Glas Wein bekommen kann. Ein Ort, an dem man spannende Menschen treffen kann. Und natürlich ein tolles Netzwerk, nicht nur hier auf Sylt, sondern bundesweit. Es ist natürlich irgendwo mein Baby, auf das ich total stolz bin, weil ich damals, als ich die erste Weinbank in 2009 in eigener Immobilie eröffnet habe, schon insgeheim den Traum hatte, daraus irgendwann was Größeres zu machen und daraus ein Netzwerk zu spinnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.